Künstliche Intelligenz. Das Thema ist aktuell in aller Munde wegen Themen wie Chat-GPT oder auch Voice-AIs, also quasi künstliche Intelligenzen, die deine Stimme kopieren können. Und der Aufschrei in der Sprecherbranche war natürlich groß, weil sich alle gefragt haben, wird es uns ersetzen? Haben wir da überhaupt noch eine Chance? Und in diesem Video möchte ich einmal ein bisschen darüber reden. Also, fangen wir direkt einmal an. Künstliche Intelligenz und Maschinen hat es schon immer gegeben. Ja, es ist kein Geheimnis, dass eine Maschine dir theoretisch was zu essen machen kann, dass eine Tiefkühlpizza, dass sich da nicht jedes Mal der Pizzabäcker hingestellt hat und dir da eine Pizza nach der anderen rausgerollt hat, sondern das sind Maschinen, die legen Teig hin, dann kommt da Käse drauf, Tomatensauce und so weiter, vielleicht nicht in der Reihenfolge, aber am Ende des Tages ist das Ganze maschinell erstellt. Ja, essen wir es trotzdem? Ja, und genau da liegt nämlich das Problem, weil was, wenn AI, Artificial Intelligence, was, wenn KI, die künstliche Intelligenz, auch uns Sprecher ersetzen kann. Und die Frage habe ich mir natürlich auch kurz gestellt. Hey, ist das möglich? Und dann kam mir direkt meine Antwort. Ich sage, das wird überhaupt gar kein Problem sein. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich bin ja Sprecher und ich muss Sprecher ausbilden und hoffentlich denkt jetzt niemand, dass das nicht geht. Die Sache ist nur, es ist meine ganz ehrliche Meinung, wenn ich sage, Handarbeit wurde schon immer geschätzt. Ja, heutzutage mehr denn je. Welche Pizza würdest du lieber essen? Die von, keine Ahnung, aus der Tiefkühltruhe, die quasi von einer Maschine eine nach der anderen rausgepresst wurde oder lieber von einem Giovanni in der Pizza Bella Napoli in der Pizzeria quasi gemacht wurde, mit Liebe und mit der Hand. Ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen überzogen dargestellt, aber ich denke, du weißt, was ich meine, wenn ich sage, Menschen haben ein besseres Gefühl, wenn sie auch von Menschen etwas kaufen und es von Menschen bekommen. Kleidungsmittel genauso, ja, maschinell oder mit der Hand gemacht, ja, also ein Anzug, der quasi maschinell hergestellt wurde oder quasi von einem Schneider für dich zugeschnitten wurde, von einem Herrenausstatter oder wie auch immer. Das macht einfach einen großen, großen Unterschied in der Qualität. Und genau so ist es auch mit eben solchen künstlichen Intelligenzen, wenn es um Stimmen geht. Außerdem ist es doch überhaupt gar kein neues Thema. Ja, Stimmen konnten schon immer nachgeahmt werden, sei es bei Siri. Google kann dir schon immer vorlesen, schon seit wie vielen Jahren, schon bestimmt seit über zehn Jahren. Also insofern ist das überhaupt nichts Neues. Die einzige Neuheit ist, dass die halt immer besser klingen. Aber Menschen merken Menschlichkeit. Ja, Emotion kann nicht ersetzt werden. Ja, das funktioniert nicht. Natürlich kannst du modulieren, wann eine KI mit der Stimme hoch geht oder runter oder wie auch immer. Aber ein menschliches Atmen, das kannst du nicht, das empfindest du als Mensch nach. Ich bin wirklich kein esoterischer oder krass philosophischer, ja gut, philosophisch vielleicht schon, aber kein super spiritueller Typ. Vor allem würde ich das nicht auf YouTube machen, dass ich dann irgendwie sage und meine Kristallkugel raushol und euch irgendwas erzähle von Menschen, merken Schwingungen. Aber es ist ja so, ein Mensch merkt ja die Energie, ob ein anderer Mensch gerade im Raum ist oder nicht. Wenn du irgendwo bist, du merkst ja immer Stimmungen. Du gehst beim Arzt rein, du merkst, wie ist die Stimmung. Sind die Leute gerade gut drauf oder nicht? Meistens sind sie nicht so gut drauf. Ja, das heißt, das nimmst du wahr. Und da wird KI einfach nur das Pendant sein zur maschinellen Herstellung von einer Tasche, ja. Eine Frau kauft sich eine Tasche lieber, wenn sie handgemacht wurde von irgendeinem Designer, von irgendeinem Hersteller, als wenn sie eine nach der anderen in der Maschine hier schön zusammengeflickt wurde, da reingestanzt, hier reingestanzt, alles schön zusammengenäht. Und Handarbeit wird geschätzt, ja. Bei Mercedes könnten die die Lenkräder genauso maschinell eben machen. Das machen die auch garantiert bei den günstigeren Modellen. Wenn du dir aber einen AMG, also quasi einen Sportwagen holen würdest, dann, ja, ist es einfach so, dass das wirklich, und da gibt es auch wirklich diese Produktionsvideos davon, wie die das mit der Hand zusammennähen, in der Farbe vom Faden, wie du es gerne hättest, ja. Das sind einfach Dinge, die machen es hochwertig und genauso wird es bei Sprechern auch sein, ja. Eine KI wird uns da nicht ersetzen und sonst könnte man ja genauso gut, keine Ahnung, bräuchte man bei Disney gar keine Produzenten mehr, weil man ja der KI oder der, oder wie auch immer, einfach sagen könnte, ey, mach mal einen schönen Film, aber da fehlt einfach die Menschlichkeit, okay. In dem Sinne, das war meine Meinung dazu, wird KI den Sprecher ersetzen? Von mir gibt es da ein klares, nein, wird es nicht. Wenn dir dieses Video hier gefallen hat, dann gib gerne einen Daumen hoch, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich das überhaupt sage. Aber wenn du als Sprecher starten willst, dann weißt du ganz genau, was zu tun ist. Richtig, du musst auf www.goldenvoiceacademy.de und dich eintragen zu einem kostenlosen Beratungsgespräch. Dort erklären wir dir ganz genau, wie auch du eben als Sprecher starten kannst. Wir machen dir einen kompletten Schritt-für-Schritt-Plan. Und genau, in dem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal viel Spaß beim Eintragen fürs Beratungsgespräch und vielleicht auch beim Ansehen weiterer Videos. Mach's gut. Schöpfe. Schöpfe. Vielen Dank.